Hallo und willkommen zu den Ender- Ne, was ist das? Zu den Syndicate Games. Willkommen zu den Ender Games. Das ist Osaftschuld. Wir spielen heute mal wieder gegen Osaft. Ja, mit mich. Mit mich, genau. Mit ich. Ja, gegen uns beide. Er hat mein Sprachzentrum gestört. Mit seiner Anwesenheit. Und ich renne hier gerade wieder ohne Orientierung hin und her. Dadurch spielt schon zwei Tage kein Minecraft mehr. Ja, richtig. Du kannst deshalb schon nicht mehr. Ja, ich bin richtig verwirrt. Oh. Und Syndicate Games habe ich auch ewig nicht mehr gespielt, obwohl ich den Spielmodus richtig gut finde. Ich mag den nicht. Nicht? Deswegen spielst du den immer mit mir. Ja, ja. Einfach, um mir zu zeigen, was für einen Hast du auf den hast. Ja, deswegen bin ich auch immer so schlecht. Einfach. Aus Protest. Aus Protest, genau. Verstehe ich. Man muss auch manchmal nach Prinzipien leben und nicht immer nur gewinnen wollen. Das ist ja eh schlimm, wenn man immer nur gewinnen will. Genau, man soll auch mal verlieren wollen. Richtig. Und du zeigst uns das, wie das geht. Genau. Oh, ich finde aber nichts. Ich finde nichts, Mordatum. Ach, ein bisschen hast du schon. Null, null nix sag ich da nur. Du musst nur an dich selbst glauben und dann, dann funktioniert schon alles. Dann funktioniert schon alles. Gott, wie ich in diesem Spielmodus immer Angst habe, dass plötzlich irgendjemand von hinten kommt. Das ist echt... Es bereitet mir Herzklopfen. Hä, hast du das manchmal auch so, dass deine Enderperle einfach wegbackt? Ja, die darfst du... Keine Ahnung. Da gibt es bestimmte Regeln anscheinend, wie man die nur werfen darf. Du darfst sie, glaube ich, nicht zu hoch werfen oder so. Ich weiß es nicht. Ach, wenn das hier jemand weiß, wie das sich mit den Enderperlen hier verhält, der kann das gerne in die Kommentare schreiben, weil mich würde es auch interessieren. Und dann würde ich sagen... Oh, nee! Ich mag fest! Du hast mich aus dem Kopf gehabt oder so. Hab ich? Ich habe dich mit einer Enderperle abgeworfen. Ich kann mich nicht bewegen. Und deswegen bist du wahrscheinlich in den Stein geklitscht, weil du nach hinten geschubst wurdest. Ja, toll. Oder warst du noch in der Truhe? Nee, in der Truhe. Das wirst du ja... Nee, nee. Okay. Das war außerdem eine neue Map. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe auf meinem Kanal. Die hatten wir. Die hatten wir schon mal gespielt, Maudardo. Hatten wir? In Video? Weiß nicht. Kann auch sein, dass es ein Stream war. Das könnte auch ein Stream gewesen sein. Was willst du kommen? Die Zirkus-Map. Das ist ein Klassiker, wenn wir gegeneinander spielen. Die will ich... akzept. Die akzeptieren wir. Okay. So wie sie ist. Heute lernt man richtig was. Man sollte Maps so aktivieren. Genau. Akzeptieren, wie sie ist. Wie sie sind. Oh Gott. Was ist heute mit unserem Deutsch los, Maudardo? Ja, aber es geht ja nicht um um die richtige Formulierung. Genau. Es geht darum, um die Botschaft. Genau. Ihr solltet Maps nehmen, wie sie sind und nicht verändern wollen. Denn sie haben auch das Recht, ihre eigene... Da... Aufbau der Fläche. Wir sollten aufhören zu reden. Mit jedem Wort, was ich sage, denke ich, der gebildete Satz wird nur schlimmer. Ja. Es kommt davon, wenn man schlau wirken will, Maudardo. Ja. Und es gar nicht ist. Ja. Ich finde einfach gar nichts wieder. Könnte ich mit einer Suppenschüssel bekämpfen. Ja, ich könnte auch dich mit einem Schwert bekämpfen, aber das ist immer so langweilig. Hast du ein Schwert? Nee, ich habe weich. Warte, ich habe ein zweites Schwert. Ich gebe dir ein zweites Schwert, okay? Ja, auch was zu essen. Geh weg. Und dann warten wir jetzt einfach noch fünf Sekunden, bevor wir uns angreifen. Oder greifen wir uns gar nicht an und rennen nur weg. Wir greifen uns jetzt an, komm. Nein, ich habe Angst. Ich habe eh kaum noch Essen. Oh nein! Hilfe! Oh, Dado, nein! Eine Orange! Eine Orange! Du weißt es! Oh! Flucht! Oh, Dado, du weißt, dass ich kein Essen habe. Bleib stehen! Flucht! Bitte, bitte! Hä? Nein, ich glitsche! Oh, oh! Ich bin ein Spinnweben! Wo bist du? Hä? Ich finde das gut. Dado, bleib stehen! Bist verhaftet! Ich bin verhaftet! Niemand kriegt mich! Flucht! Nein! Gegen das Gesetz! Oh nein! Bleib stehen oder werf wenigstens was Essen für mich raus! Ich habe eine Geißel! Ich habe einen Apfel! Okay! Werf wenigstens für mich raus! Mann, Dado! Kann man nicht! Hier kann man nichts rauswerfen! Oh, nee! Okay! Ich hätte gerne noch einen feinen Bogen gefunden! Mann, ich habe eh nur ein Schwert! Ich habe nur ein Schwert! Ja, ich habe auch nur... Oh Gott! Da ist das Gesetz mal wieder gefallen! Ich fand auch das Gesetz! Ja, richtig! Und du bist gefallen! Achso! Ich habe gerade verstanden! Da hat das Gesetz wieder mal gewonnen! Oh! Jetzt wähle ich noch eine Map aus! Da wäre es nächstes Mal Equipped wieder! Nicht Equipped! Nein, bitte nicht Equipped! Okay, dann einmal für die Aufnahme Equipped! Equipped ist die neue Möglichkeit in Syndicate Games! Die gibt es schon eine Weile, da kann man auswählen, was man haben will! Ich werde einfach mal das Ganze so machen! Also da hat man ein Startguthaben quasi! Oh, so! Und ja, man kann trotzdem Sachen finden! Oh, guck mal, in der Mitte ist sogar eine Uhr, das ist ja cool gemacht! Und warum diese Map? Hier findet man kaum Kisten! Da kommt es ja wirklich drauf an, was man Equipped hat! Ja, Mordado! Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich noch viele Kisten finde! Deswegen habe ich mein Equip so gewählt! Oh nee, ich hätte vielleicht schauen sollen, welche Map es ist! Dass ich noch ein Schwert finden würde! Also hat Mordado L.P. einen Bogen eingepackt! Oh! Nein, wie kommst du nur auf diese Information? Weiß es nicht! Ich habe es... ...geträumt! Geträumt? Du träumst von mir? Nee, nur von deinem Equipment! Achso! Denn das ist einfach das Beste! Nee, Mordado, nee! Du kriegst mich nicht! Deine Feinde sind leer, oder? Nein, okay, sind sie nicht! Jetzt sind sie leer! Nein, Flucht! Oh nee, nicht mal wieder! Du kriegst mich nicht! Ich hätte ein Schwert einpacken sollen, aber ich habe damit gerechnet! Ich finde noch... Oh oh! Ich verbreche... Nein! Das war dumm! Das war wirklich gut! Danke Feuer! Das war mein Element, Mordado, meine Map! Oh, okay, noch eine Runde! Diesmal nochmal unequippt! Und auf der zweiten neuen Map, weil ich nicht weiß, ob ich die auf meinem... Oh nee, ich wollte Kratos haben! Oh nee, ich wollte Kratos haben! Ja, das ist Kratos! Nee, ich habe aber Ravinen! Ja gut, ich habe dich doch auch gechallenged! Kannst du mal jetzt nicht annehmen! Achso! Oh, denied! Ich habe auch für den denied! Ja, gut, warte nochmal! Wegen diesem blöden Chat! Ja, die sollen mal aufhören zu schreiben! Hört auf Mordado zu schreiben! So, hab's geschafft! Die ist eigentlich echt hübsch! Das ist so ein kleines Dörfchen, so ein... Oh nee, asiatisch! Ich weiß nicht, ist es asiatisch? Sieht asiatisch aus, oder? Ja gut, dann finde ich es ja noch besser! Ich schlechter! Okay! Hier wirst du auf alle Fälle gewinnen! Asiatisch ist dein Element! Gibt Feuer, Wasser, Erde, Luft und asiatisch! Ja! Oh, oh nee, hier... War... Uh, okay, das gefällt mir dann doch, die Map! Nein, 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 nein! Ihr gefällt die bitte nicht! Ich hab schon ein Brot! Ach, dann ist ja gut! Brot ist nämlich immer gut, sonst verringerst du! Und das wollen wir nicht! Ja, doch, das wollen wir doch! Da wird nämlich kein Orangensaft mehr auf dieser Welt! Du willst das, ich weiß das! Du willst das! Ich will das nicht, Ursache! Ich würde doch nie wollen, dass du stirbst! Ah, okay! Was denkst du von mir? Was denkst du von mir? Okay! Bitte sei nicht hinter mir! Oh, Gott sei Dank! Das ist wirklich das Spiel, in dem ich am meisten Paranoia bekomme! Oh, da ist er ja schon! Oh, da, du! Du hast ein verzaubertes Schwert auf Unbreaking! Ja, ich weiß nicht, was Smite bringt! Was bringt Smite? Verdammt! Ich war ein Zombie! Okay, dann würde ich sagen, das war 2-2! Ich hab zweimal gewonnen, du zweimal, oder? Ja, ja! Okay, dann würde ich sagen, unentschieden! Alle haben gewonnen! Ja, keiner! Die alle haben gewonnen! Das ist auch ne gute Nachricht, dass es immer ein Sieger geben muss, und dadurch ein Verlierer! Ja! Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen! Schaut bei OSA vorbei, sein Kanal ist in der Beschreibung! Der macht ein tolles... Dev... Dev? GameDev-Tycoon! GameDev-Tycoon! Let's Play! Ja, tschüss! Tschüss! zaakten! Vielen Dank.